Hallo, ich bin Laura, Pilates- und Bewegungstrainerin seit über zehn Jahren. Wir sitzen heutzutage viel zu viel im Büro. Ich werde heute euch einige Übungen zeigen, um unsere Nackenschmerzen, Schulterschmerzen und Verspannungen im Rücken zu lösen. So, fangen wir mal an. Wir setzen uns schön auf den Sitzhöcker, das Becken schön aufrecht, an der vorderen Hälfte des Stuhls schön hinsetzen, die Füße schön flach am Boden, Beine angenehm hüftbreit. Wir nehmen unsere Hände zum Schultern und fangen an, schöne große Kreise mit dem Ellbogen. Wir kreisen mit dem Ellbogen so nach hinten, spüren schön im Schultergelenk die Mobilisierung und wir öffnen und strecken den vorderen Schulter- und Brustbereich. Schön tief ein- und ausatmen und dann langsam die Arme locker lassen, hinunterhängen lassen, ein bisschen ausschütteln. Von hier die Schultern Richtung Ohren heben, einatmen und mit der Ausatmung langsam hinuntergleiten. Wieder hoch ein- und aus, hinunter. Und zweimal noch hoch einatmen, Schulter ganz hoch, mit der Ausatmung ganz lang durch die Finger Richtung Boden strecken, einmal noch und zurückkommen. Wir nehmen einen Arm hinauf und wir strecken uns ganz lang zur Seite und wieder zurück. Zur anderen Seite, Arm hoch und die ganze Seite vom Rumpf schön strecken, verlängern und wieder zurück. Wiederholen, ein- und ausatmen, lang strecken und zurückkommen. Und einmal noch die Seite schön verlängern, die Sitzhöcken schön verankert lassen. Und wir gehen in eine Drehung. Wir bringen die Hand zur Außenseite vom Bein, drücken gegen das Bein und schauen hinter uns. Zur Mitte zurück. Zur anderen Seite die Hand zur Außenseite vom Bein drücken, die andere Hand hinten am Stuhl. Und in der Drehung, einmal noch in der Drehung, lang halten den Rücken, lang strecken, Blick zurück, einmal noch, schön strecken und zurück zur Mitte kommen. Wir gehen dann zur nächsten Übung im Stehen. Wir stehen auf, stellen uns den Sessel, sodass die Rückenlehne zu uns schaut, bringen die Handflächen auf die Rückenlehne, gehen mit dem Sessel nach vorne, mit dem Oberkörper hinunter und strecken die gesamte hintere Seite von den Füßen hinauf bis zur Lendenwirbelsäule, bis zum oberen Rücken. Hier können wir einige Bewegungen der Wirbelsäule machen, Rücken rund machen, wieder Rücken strecken, wieder ausatmen, Rücken rund, Katzenbuckel, einatmen, wieder strecken und wieder runder Rücken, wieder strecken. Wir halten den Rücken gerade, wir können hier beide Knie beugen und strecken, die Sitzhöcker Richtung Decke und abwechselnd ein Knie beugen, mit derselben Hand Richtung Sessel drücken, Seite wechseln, hin und her, einfach schön fließende Bewegungen durch die Wirbelsäule, am Ende langsam die Hände loslassen, Oberkörper hängen lassen, nach vorne, Knie gebeugt lassen und langsam Wirbelsäule aufrollen, schön gerade zurückkommen und die Wärme im Körper schön spüren. Eine Übung zeige ich euch noch im Stehen. Wir wollen auch schon die vordere Seite der Hüftbeuger öffnen, da wir ja viel sitzen, haben wir eine Verkürzung in den vorderen und hinteren Bereich der Hüft. Das heißt, wir bringen einen Fuß vorne, ein Bein zurück in einen Ausfallschritt, wir beugen das vordere Knie, schauen wir, dass das Knie nicht über die Zehenspitzen gehen, das hintere Knie gestreckt und wir drücken mit der hintere Ferse Richtung Boden, stehen aufrecht und bringen das Becken leicht nach vorne, ziehen den Bauchnabel Richtung Rücken. Wir können uns auf den Tisch stützen und ganz leicht bewegen wir mit dem Becken leicht nach vorne zurück, dass wir eine Dehnung, einen Zug spüren durch die Wade und durch den vorderen Hüftbeuger. Bis zu eineinhalb Minuten, zwei Minuten und Seite wechseln. Anderer Fuß nach vorne, Bein zurück, wieder Becken, schön nach vorne kippen, Rücken aufrecht und schön langsam in die Dehnung rein wippen. Bis ein guter Zug ist in der vorderen Hüftseite und Wade hinten. Und schön langsam zurückkommen und auslockern. Sehr fein.